was machst du da ist so schön es ist einfach geil weiß ich chill hier ja ich und mein bae bisschen auspuff schnüffeln ist einfach geil weißt du das ist der lifestyle okay gut komm jetzt werde ich hier noch komplett high von dem geilen auspuff und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren video hier aus der crib in hamburg city wir sind gerade in l.a. deswegen das ist noch einer der wenigen videos die hier aus hamburg folgen es werden heftige videos kommen ich habe heute etwas ganz besonderes mit euch vor ich habe was ganz besonderes geplant es gibt nämlich es gibt neuen match und zwar limitiert streng limitiert bevor ich jetzt lange um den heißen brei hier herum rede würde ich sagen ich schnipps jetzt einfach mal kurz bist du bereit lukas gönn dir das digga ist das geil ist das geil ich komme da nicht drauf klar gönn dir das mal junge du brauchst keinen heckscheinwerfer mehr sehr heftig sehr heftig alter den hier gibt es jetzt limitiert für 48 stunden 48 stunden ist erhältlich danach nie wieder wenn ihr einen haben wollt dann sichert euch den jetzt es gibt natürlich auch link ist übrigens in der beschreibung die passenden sticker guck dir das an siehst du das guck mal wie das alles glänzt hier ist auf jeden fall richtig bling bling oder viele sagen jetzt wahrscheinlich das ist eine andere farbe aber wenn die angeleuchtet werden dann kommt das dem schon wieder ganz nah ich hoffe man sieht das auf der kamera weil hier drin in dem sind auch die farben hier vorne und das geile ist wir können jetzt mal kurz zum tisch gehen dass wir natürlich hier wieder deko folie haben sprich ihr habt wirklich das halbbarste vom halbbarsten weiß gar nicht ob ich jetzt irgendwas zum kratzen aber warte ich guck mal was zum kratzen die folie hier auf den stickern ist die gleiche die auf meinem motorrad ist sprich ihr habt ihr so dickes laminat drüber dass es eigentlich nicht zerkratzen kann die kleben ultra stark und hier mein finger klebe ja die gehen nicht ab uv fest und wetter fest und jetzt kommt's so kratzt nicht würde ich sagen guck mal siehst du das hier sind so ein paar schmauchspuren aber an sich du spürst dann nichts nichts du kannst das ja normalerweise wenn du einen aufkleber nimmst und du kratzt mit einem schlüssel drüber der wirklich erst richtig scharf dann zerkratzt du den ganzen aufkleber und bei denen hier die sind wirklich uv fest wetter fest richtig geil die gibt es bei dcc auch limitiert 48 stunden lang danach nie wieder link auch unten in der beschreibung also check das auf jeden fall ab und ich würde sagen wir gehen jetzt mal runter zum opal bike oder ist nämlich projekt opal opal genial ich hab's noch nicht gesehen ist das heftig guck mal auch die hier ist jung es ist so heftig geil oder ich glaube schon wieder zu viel ich bin aufgeregt ich habe das bei dieser hat noch nicht gesehen ich bin gespannt willst du es rausholen und ich guck erst mal nicht ja ja okay dann der junge schuftet jetzt und ich gönne mir das gleich mal ihr seht das bike irgendwo im hintergrund gerade durch den bildschirm ich geh jetzt einfach mal hin ich hoffe ich stolper nicht okay so digga bist du bereit du darfst doch nicht auf die sitzbank gucken okay wieso nicht weil ich da schon wieder meine drangemacht habe und die ist halt neon gelb deswegen die sitzbank ausblenden bist du bereit ja okay okay drei zwei eins hast du dir neue felgen geholt das erzähle ich dir gleich mal lieber geistesgestür ja komm check die mal ab check mal das dekor ab guck mal hier guck mal siehst du was siehst du wie das leuchtet krank jetzt immer immer so ein sticker hier so einen blauen und jetzt halt immer da dran ja okay das passt echt richtig geil siehst du digga ja das mal auf stämmer scharf hier okay das passt krass heftig das ist einfach der gleiche farbton das sieht halt einfach die felgen sehen muss richtig brutal aus also die felgen gefällt mir richtig also das ist wirklich richtig heiß geworden oder das ist gar 1 bis 10 wie geil ist das schon 93 ich hätte auch gar nicht gedacht dass das hier in der garage so zur geltung kommt doch tatsächlich aber diese holofolie und glänzt einfach so dass sie mal nicht schön das ist von niklas die hat er mir netterweise zur verfügung gestellt richtig geile aktion an der stelle muss ich echt ein großes dankeschön an niklas wetter an aussprechen an die cc dort bei kasse im kollabo die das dekor gemacht haben an der beschichtung hamburg die die felgen sogar gemacht haben pulver beschichtet haben an den lieben max der mir die felgen zugesendet hat leihweise komplett verrückt also ihr hört was dafür arbeiten es steckt wirklich stecken einen monat arbeit drin viel geld und ja letztendlich ist das hier bei rumgekommen und so viel geiler ist haben den fmf dran und ich würde auch sagen ich meine wir sind hier gerade in der tiefgarage dicker dann müssen wir den eigentlich auch mal eben anfeuern oder ja einmal wollte ein bisschen fmf alle haben den fmf vermisst ja immer jetzt ein bisschen fmf ein bisschen liebe muss man geben ja ich finde so klingt ja noch okay wir lassen jetzt erstmal warm laufen weil ich finde in der tat den sound ohne joke geiler weil der motor dann niedriger drehen und wenn man dann fährt entsteht richtige fehlzündung das ist einfach ein lautes knall das ist geil ich hoffe der motor geht jetzt nicht aus es ist so laut es ist mir fast schon unangenehm es ist mir fast schon unangenehm es ist unangenehm wir müssen wir müssen damit jetzt aufhören gleich kommt jetzt safety security digga hundertprozentig okay ich würde sagen wir bauen wir tun es wieder schnell in transport genau wir laden schnell ein das waren wir nicht das war lauter als der fmf echt hör auf ich sehe danach immer aus wie so ein ach also eine letzte sache noch und zwar ähm jetzt bin ich komplett verwirrt hier wegen meinem nieder ich glaube ich habe gerade mein gehirn rausgepustet hier das ist eigentlich nicht gesund das ist nicht gesund aber noch ungesünder ist kennt ihr die leute kennt ihr die leute die den nieder aufhalten dann niesen die und dann das ist doch bescheuert digga das ist doch behindert auf jeden fall leute 48 stunden limitiert dann nie wieder gönnt ihn euch ich finde ihn einfach mega geil guckt ihr an wie das glänzt vorne hinten es war echt verdammt schwer diese folie zu besorgen wir haben unnormal viel rum getestet ist der absolute wahnsinn sticker natürlich auch 48 stunden limitiert und das geile ist halt mit jedem verkauften sticker mit jedem verkauften hoodie unterstützt ihr solche projekte wie das hier sowas können wir dann öfter machen wir können geilere videos drehen immer weiter ausrasten und das ist nice macht einfach mega spaß mir bedeutet das super viel deswegen danke auch an euch an der stelle ohne euch wäre das hier nicht möglich gewesen gut amen leute vergesst nicht das allerwichtigste geht steil brep brup 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 Bis zum nächsten Mal.